Am 11.03. mache ich für dich, wenn du Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder Führungskraft bist, ein LinkedIn-Workshop. Wusstest du, dass in LinkedIn seit November 2023 eine Milliarde User aktiv sind? Es ist die höchste Dichte an Entscheidungsträgern, die es im gesamten Internet gibt. 80 Prozent dieser einer Milliarde User sind unter 35 Jahren alt. Das heißt, hier ist auch die Zukunft deines Unternehmens, ob das Kunden sind, ob das Bewerber sind. Jede Sekunde bewerben sich drei Menschen über LinkedIn. Wie viele Bewerbungen hast du schon über LinkedIn bekommen? Es ist eine gigantische Plattform. Ich bringe dir bei, wie man sie nutzt. Mein Name ist Martin Jäger. Ich habe vor zweieinhalb Jahren in LinkedIn angefangen, habe jetzt über 16.000 Kontakte, mache 30 Prozent meiner Umsätze in LinkedIn. Und ganz ehrlich, ich suche kein Personal und ich kriege trotzdem wöchentlich Bewerbungen von ganz, ganz tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also wenn du Führungskraft bist, 11.3. hier in Böblingen vor Ort ist kein Online-Workshop. Es gibt ein Workbook im Vorfeld. Es gibt neue professionelle Fotos von dir. Jeder Teilnehmer kriegt zwei Bilder von mir, von einem professionellen Fotografen. Wir gehen schön Mittag essen. Wir gehen abends nochmal schön ein Bierchen hier bei uns im Brauhaus in Böblingen trinken. Das heißt, du hast nicht nur den Vorteil des Workshops, sondern auch ein tolles elitäres Netzwerk. Meld dich an. Den Link findest du unten. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich natürlich jederzeit gerne auf LinkedIn.